ähm nee er kann ich keine Rüstung verkaufen dann müssen wir... ähm bei denen da hinten mal reinschauen ich würde einfach losziehen ohne zu verkaufen aber ich weiss nicht auf so ne Expedition sollte ich mich gut vorbereiten und dazu brauche ich Gold da hätte das gedacht so nein ähm beenden aufladen noch einmal Excalibur für den habe ich keine Kohle mehr dann Zauber die Wohltat nehmen wir auch noch mit weg so nun noch entsprechend ausrüsten dann und dann Frustpfeil ah ah es gibt also doch eine schnelle Auswahlleiste dann machen wir den mal auf die 2 dann den heilenden Funken auf die 2 Feuer bis auf die 3 den auf die 2 den auf die 3 blitz blitzheilog 2 42 punkte im Endeffekt im Endeffekt holt es das Meer raus so so und dann so und dann so und dann so und dann an 8 machen wir das und 4 das und 5 das Ne, Fail. Also. Nochmal ganz neu. Eins. Das Schwert. Zwei. Der Stab. Drei. Der Bogen. Okay. Vier. Der Frostpfeil. Ähm. Fünf. Die Heilung. Die Heilung für die Andere. Siebenden Schutzzauber. Und auf die Acht. Legen wir noch die Gesundheitstränke. Schutztränke. Zwei. Das. Das. Vier Frostbiss. Meine Heilung. Heilung von Kim. Schutzzauber. Also still jetzt aber so. Gegner ausschalten. Zauber. Eins und vier für diese Belegung. Okay. Das kann ich mir merken. Ich hoffe nur Merzul hat übertrieben, als er von Gefahren gesprochen hat. Auf der anderen Seite. Nun. Wir sind ja immerhin etwas Besonderes. Also eigentlich müssten wir mit allem fertig werden. Ja. So. Und nun haben wir uns genügend darauf vorbereitet. Vorbereitet. Und nun haben wir uns genügend darauf vorbereitet. Da wird uns die angezeigt. Ähm. Ähm. Nach Wellenfels. Ah. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg. Ne? Ja. Muss ich nicht beeilen. Kannst du dir ruhig Zeit lassen. Gut. Fünf ist die Heilung. Vier. Da oben ist drei. Wird wahrscheinlich noch ein Bisschen. Wird wahrscheinlich noch ein Bisschen. Ein Bisschen dauern. Ähm. Ähm. Bis ich mich da eingültig an die Tassenbelegung gewöhnt habe. Aber ich denke, das kommt. Muss ja sich jeder zuerst an neue Tassenkombinationen gewöhnen. Tragkraft. Tragkraft. Wie viel können wir momentan tragen? 58. Ähm. Ne. Falsch geschaut. Gut. So. Ja. Geht's nach Wellenfels. Kommst du, Kim? So. Nochmal schauen. Ja. Wir sind eindeutig auf dem richtigen Weg. Östliches Faltringtal. Stufe 7 bis 14. 10. Welche Stufe sind wir können wir mal? Ja. Ähm. Nachschauen. Ähm. What the fuck? Okay. Kann man das nirgends einsehen? Ah. Stufe 9. Ne. 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 Passt also hier hin. Stufe technisch kein Problem. Und dann können wir auch bald mal da die Quest mit dem, mit der Stahlkrossmine machen. Das hieß ja, erst ab Level 10 versuchen, weil es so schwierig sei anscheinend. Keine Ahnung. Hey. Wellenfels. Ja. Der Wegweiser zum Sanktum ist hier auch sehr sinnvoll. Nicht, dass wenn man von hier kommt, dass man das gesehen hätte. Ne. Nie im Leben. Pass auf, Kim, dass der Herr nicht abrückt. Ich wollte nur schauen, ob man da auch ne bessere Ausrüstung geben kann. Das wirst du wieder befreuen. Das wirst du wieder befreuen. Das wirst du wieder befreuen. Feisse Scheisse. Da der Zauber da mit Stilllegen macht nur Sinn bei magiekundigen Gegnern also hier bei den Banditen überhaupt nicht